Hallo Battlefield-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und wir schauen uns heute gemeinsam den Panzer an, in diesem Fall den T-90 Panzer. Ich habe in den letzten Videos euch schon den M-Trak-Panzer etwas näher vorgestellt und den LAV bzw. BMP und heute werfen wir eben einen Blick auf die letzte große Fahrzeugklasse, was der Panzer halt ist. Da haben sich netterweise zwei Kollegen aus meinem Platoon, der Andy und Dave, bereit erklärt, sich mit mir an so eine Blechbüchse reinzuzwängen, damit wir gemeinsam den Gegner ein bisschen das Fürchten lehren. Am Anfang hat natürlich überhaupt nichts geklappt, hier seht ihr schon, irgend so einer hat sich da einen Spaß draus gemacht und schiebt einfach mal einen Jeep bei mir vom Panzer, was heißt der gegnerische Panzer, im Grunde ist es ein gegnerischer. Der macht uns dann auch gleich noch das Leben schwer, also ich verstehe nicht, warum Teamkollegen gerade am Start, wo es wichtig ist, schnell Flaggen einzunehmen, einen, ja, so blockieren. Aber genug gemeckert, jetzt gehen wir ein bisschen auf das Gameplay ein. Ihr seht ihr schon, wir sind hier hinten reingefahren, heieieiei, also Leute gibt's. Wenn man solche Kollegen hat, da braucht man echt keine Feinde mehr, weil man hat dann den Feind im eigenen Team drin. Aber ich wollte da nicht mehr meckern, stimmt ja. Also der T-90 Panzer, das was ich jetzt sage, gilt eigentlich für den T-90 genauso wie für den Abrams. Der T-90 hat, im Gegensatz zum Abrams, so seit Release eigentlich so einen kleinen Bug, also wenn ihr so Turbo drückt und dann gleichzeitig lenkt, kann es halt sein, dass das Ding sich erstmal um 180 Grad dreht. Also da ist so ein kleines Driftfahrzeug in dem Panzer verloren gegangen. Was ist beim Panzer wichtig? Also Punkt 1 ist erstmal, ähm, gute Kollegen, die mit einem drin hocken. Also hier, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir a miteinander reden, uns da halt auch absprechen können. Also jeder von uns ist Pionier, damit jeder eben zweifelsfalle aussteigen kann und den Panzer reparieren kann, was sehr, sehr wichtig ist, das werdet ihr später auch noch sehen. Was habe ich hier mitgenommen? Ja, da kommt auch schon der erste Gegner. Auf großen Karten empfehle ich euch auf jeden Fall, den Lenkflugkörper einzupacken. Weil gerade auf größeren Distanzen, ähm, ist das Ding wirklich Gold wert, weil eben man sich mit seiner Kanone auf den Gegner eingeschossen hat. Also man ist ja der Oberpro-Gamer, aber wer ist das schon von uns? Ist erstmal so ein Lenkflugkörper, ähm, ein guter Anfang, um den Gegner massiv unter Druck zu setzen. Weil in der Regel, ähm, reicht ein Treffer davon, also von dem Lenkflugkörper und ein Treffer aus der normalen Kanone. Und der Panzer sollte entweder kampfunfähig sein oder kurz davor schon stehen. Was ich, ähm, wo ich selber zur Zeit noch nicht weiß, was ich da einpacke, also zur Zeit spiele ich mehr mit Rauch, weil die Javelins sehr, sehr böse sind. Also wenn die von oben einschlagen, ist der Panzer fast, ja, aber mit zwei Javelins ist das Ding auf jeden Fall platt. Wenn der Javelin direkt aufschaltet, dann, ja, kann man ein, zwei Treffer mehr ab. Aber der Rauch hat natürlich auch den, den Nachteil, gerade wenn ein Helikopter auf einen schießt, du darfst dich halt nicht bewegen. Also wenn du, wie ich so oft auch sehe, wenn man, ähm, Rauch zündet und dann aus dem Rauch rausfährt, dann ist der Schutz ja verloren. Also da schaltet sofort der Laserpointer wieder drauf. Und da hat man überhaupt nichts gekonnt, außer dass man ein bisschen Rauch aufs Feld geparkt hat. Ansonsten ist das Ding hier wieder rauf, um den Gegner erstmal zu verwirren. Und natürlich, wenn man markiert ist, man kann durch den Rauch auch durchschießen. Also, oder halt durchmarkieren. Das ist, ähm, auch sehr, sehr wichtig, wenn vor euch Rauch ist, einfach mal fleißig Select hammern. Wenn ihr Glück habt, kommt danach gleich, ähm, ja, wird ein Gegner markiert und ihr könnt durch den Rauch einfach mal draufhalten. Manchmal braucht es ein bisschen Glück, hier seht ihr mal. Eine davon, umgeschaltet, noch ein Schuss, typisch Blatt. Das waren jetzt zwei Treffer aus der Hauptkanone und der Lenkflugkörper. Der zahlt sich auf jeden Fall aus. Auf kleineren Karten, wie, ähm, vielleicht, lasst mich nachdenken, Strike it Karkant. Karkant ist, äh, eine sehr, sehr gute Karte dafür, würde ich Kanistermunition empfehlen. Weil, durch die vielen Häuser lohnt sich's eigentlich nicht, ähm, da erst mit nem Laserpointer da den Gegner zu markieren, weil das einfach zu, äh, halt zu lange braucht. Dann macht sich Kanistermunition, ähm, halt mehr bezahlt, weil du dann, vor allem, wenn viel Infanterie vor dir steht, schrotest du einfach mal grob rein und da fällt mindestens einer um. Ansonsten ist mein Panzer natürlich wichtig, ähm, das, was wir hier, ja, wenig gemacht haben, weil wir haben uns hier ein bisschen vor der A-Flagge verschanzt, ist eigentlich immer in Bewegung bleiben. Also, kaum stehen bleiben. Gerade an, an Flacken mache ich's sehr, sehr gern, dass ich, ähm, vor und zurück fahre. Das falls halt doch mal einer von hinten an dem Panzer was drankleben möchte, dass man, wenn man zurückfährt und damit rechnet, also damit rechnen die meisten überhaupt nicht, dass das Ding auch mal zurückfahren kann, dass man, wenn einer hinter einem steht, den sofort über den Haufen fährt. Also, man braucht ein bisschen Schwung, wenn man da zu langsam fährt. Kann's auch ganz gut sein, dass man den Gegner einfach nur hinter sich oder vor sich her schiebt. Das ist, ist ein bisschen Banane, das Ganze. Und ihr seht da, also die Lenkflugkörper, die Dinger, die sind echt Gold wert. Also, auf so ne Distanz einfach mal draufhauen. So, der Kollege, der hat meine Videos hier vorne noch nicht gesehen, weil der macht einen der größten Fehler überhaupt. Er zeigt schön seinen Popo zu uns. Und leider hat der erste Schuss nicht ganz gesessen. Jetzt ist er aber schon kampenfähig. Leider ist er jetzt ausgestiegen, aber... Also, gerade das, das Heck des Panzers, oder egal welches gepanzerte Fahrzeug ihr fahrt, also sei es LEV, BMP oder Amtrak, das Heck ist extrem empfindlich. Also, probiert immer das Heck weg von der Front. Und dadurch überlebt ihr auf jeden Fall länger. Also, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Manchmal ist es nicht so einfach, wie jetzt gerade hier auf der Offenlenkarte. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben, wo kommt jetzt die Rakete her. Ah, hier probieren wir gerade mal den Hubschrauber. Kommt noch nicht rein. Und dieses Gepiepe, das nervt. Hier muss man wirklich warten, bis der Pilot kurz vorm Abdrücken ist. Da muss man irgendwie so ein Gespür dafür entwickeln. Und dann erst den Rauch rauswerfen. Da hat man zwar eine Javelin oder eine... Da ist so unten der Heli. Eine Javelin oder einen Lenkflugkörper erstmal abgewehrt. Aber man hat sich aber dadurch erstmal ein bisschen Zeit verschafft, um sich vielleicht halt eine sichere Stellung zu suchen. Sei es hinter einem Felsen, wo der Hubschrauber erstmal wieder eine Runde fliegen muss. Oder sei es, dass man wirklich sich hinter die Bäume oder so verzieht. Auf der Karte bei der B-Flagge zum Beispiel hier der Kulik hat er auch rausgehauen. Dadurch konnte man ihn jetzt nicht mehr erfassen. Aber der bleibt stehen und das ist ein großer Fehler, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, mich auf den Typen einzuschießen. Da rechts klopft ein Pionier an. Also wie an der Party, wir haben ja immer fleißig gesagt, der Andy, der oben als Commander drin ist, der hat gesagt, welche Ziele er aufschaltet, wo das Ziel sich befindet. Also zum Beispiel Panzer 12 Uhr, da weiß ich, okay, Andy schalte ich genauer den Panzer, der vor meinem steht, auf. Oder wenn er halt ab und zu mal einen Jet probiert, äh, Jet, sag ich ja, einen Hubschrauber probiert, der sagt er mir auch an, äh, wenn es halt losgeht, dass ich jetzt nicht sinnlos meinen Turm hinter dem Fahrzeug hinterher drehe und da halt warte, bis da die Aufschaltung erfolgt ist, sondern halt wirklich erst draufgehe, wenn der Laserpointer drin ist. Hier vorne in dem Busch, da haben sich drei zum Grillen getroffen. Den räuchern wir gleich mal aus, weil für diese Party gab es keine Genehmigung. Wie ihr seht, man kann, ähm, als fähiges Panzerteam sehr, sehr gut eine Karte dominieren, auch wenn die Karte riesig groß ist, so wie die Kaspische Grenze hier. Weil wir haben jetzt in knapp neun Minuten, auch, äh, dank unseres fähigen Teams, die Runde schon gewonnen. Also kurz nochmal zusammengefasst, ähm, nehmt für große Karten den Lenkflugkörper mit. Ob ihr jetzt Zoom mitnehmt oder Rauch, das überlasse ich euch, also da hat jeder, denke ich mal, so seinen kleinen Favoriten. Bleibt in Bewegung, das ist, äh, Prio 1, nehmt Pionier mit. Also, das macht keinen Sinn, wenn da zwei Sandys drin rumfahren, weil wenn der Panzer mal getroffen ist, dann war's das. Dann geht euch das Licht aus, und das muss ja nicht sein. Der Pionier ist da überlebenswichtig mit seinem Lötkolben. Die Runde ist aus, ein glattes 13 zu 0, dank meiner Panzercrew, die alles daran gesetzt hat, mich da am Leben zu halten. Falls ihr noch andere Konfigurationen für den Panzer wisst, die erfolgreich sind oder halt auch nicht, schreibt sie mir in die Kommentare, ich würde mich freuen. Also, bis bald, ciao, ciao, euer Tom Thompson.